Wo ist denn dein Peitschen? Halbnackt im Pool reingekommen. Love Story. Kleine Unterhosen haben sie noch umgehabt. Aber der Rest war weg. Du hast ja per WhatsApp Schluss gemacht. Mit den Damen ins Gespräch kommen. Soforts Dates. Vielleicht die Nummern austauschen. Ein Urlaubsflirt, ne? Ja, ja. Der eigentlich seinen Platz in meinen Häusern hat. Ja, ja. Da habe ich heute ganz unerwartet eine wundervolle Nachricht bekommen. Und was dabei rausgekommen ist, seht ihr nächste Folge dann. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nr. 19 von Bauersuchtfrau in der Österreich Edition. Heute bei der zweiten Folge der Aussprache werden wir große Herzen in den Augen sehen. Aber wir werden auch große Streitigkeiten in den Augen sehen. Deswegen würde ich sagen, fallen wir direkt an mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Großes Wiedersehen in Maria Alm. Das heißt, aus allen Ecken des Landes kommen die Single Bauern und die Single Kandidatinnen. Prost. Prost. So auch Südoststeierer Michael. Unser Michael, charmant wie in Folge 1. Wobei die drei eines eint. Es fehlt die weibliche Begleitung. Naja, wenn die Schauspielerin ihre Sache erledigt hat, muss ich halt zum nächsten Job und kann nicht bleiben. Sie hat sich leider voll in mich verknallt. Und wie waren deine Leute? Ja leider, weißt du, es passiert solche Sachen nicht. Vielleicht gibt es die Hitze. Ja, aber Pusten hat der Meisten von Ihnen gesagt. Ja, dann schauen wir direkt nochmal rein, wie unser Stecher Michi bei den Frauen ordentlich gelandet ist. Ich gebe mir eine Belohnung. Da. Mit dir. Geh her mit dir, du kleines Sahneschnitten. Und ich glaube, so wie er ausschaut, ist er schon ein bisschen stolz auf sich in der Zeit als Bauersuchtfrau-Bauer. Ja, du, du willst ja probieren, nicht? Ja, das passt eh. Aber, aber, der Michael, der denkt praktisch. Er hat noch eine medizinische Erklärung fürs... Ja, haben Sie gesagt, Küssen stärkt das Immunsystem, nicht? Okay, ja. Jaja, immer das Praktische mit dem Schönen verbinden. Ich bin ja ein normaler, schüchterner Mensch, aber ich werde schauen, dass ich vielleicht mit den Damen ins Gespräch komme, vielleicht ergibt sich was. Ja, du, in fünf Tagen Hofwoche hat sich nichts mit der Frau ergeben, aber ich jetzt an einem Tag, an einem Nachmittag, sofort date. Und wenn es auch passt, vielleicht die Nummern austauschen, dass wir ein bisschen Kontakt halten. Michi, doch keine Nummern austauschen, das geht über Briefe, über Brieftauben, das ist jetzt viel dramatischer. Weil es sind hübsche Damen da. Und ich klär mir eine. Er weiß nicht, dass ich Football gespielt habe, aber normalerweise habe ich den Football gar nicht in der Hand. Aber bevor der Michi mit dem Football einlacht, schauen wir zu Marios Love Story. Ui, Servus. Sag einmal, was ist da los? Das ist ja so leer. Mario allein im Gesprächsraum, aber... Hallo. Hallo. Und wo ist seine Herzensdame? Nein, wir haben uns eigentlich getrennt. Und wir haben hier einen Schlussstrich gezogen und uns jetzt halt einfach beendet. Aber was heißt jetzt halt gestern? Nein, nein, noch nicht gestern. Das wäre doch absurd. Ja, vorgestern. Ja gut, vorgestern halt. Ihr seid alle drei im Pool gesessen. Ja, alle sind halbnackt im Pool reingekommen. Halbnackt oder ganz nackt? Da ging es ja doch Ärger zu, als wir erst in der Folge erfahren haben. Ui, ui, ui. Nein, halbnackter Unterhosen haben sie noch angehabt, darum sind alle drei so... Ach so, ja klar, die Badehose haben sie noch angehabt, aber der Rest war weg und es durfte... ...zure Colleen halt mehr Hinsachen gefüllt und dann ist es halt passiert, das ist ja menschlich. Aber was genau passiert ist, was da so menschlich ist, das wissen wir leider nicht. Du wolltest nicht verloben, hast nicht dein Ring schon gekauft? Ja. Oh, wie schön. Und was ist jetzt davon übrig geblieben? Na ja, der Ring ist übrig geblieben und den kann man ja auch zurückgeben. Du hast ja per WhatsApp Schluss gemacht. Ja, per Telefon halt. Ja, per WhatsApp so das Blödeste, was eigentlich geht. Hat sie auf diese WhatsApp geantwortet, dir? Ja, danke für alles und passt. Geilste Konversation, ich mach Schluss. Oh ja, danke für den Kuchen gestern Nacht. Ciao, ciao. Du hast ja so ein bisschen auch das Image als Sunnyboy. Nein, ich bin überhaupt kein Sunnyboy. Ich verstehe bis heute nicht, wieso er von ATV seit Folge 1 als Sunnyboy bezeichnet wird. Ich bin auch froh, dass ich so bin, wie ich bin. Und ja, irgendwann wird schon die Richtige kommen, was ich sehe. Die Richtige hat er anscheinend gefunden, wie mir viele von euch geschrieben haben und zwar sieht man das auf Facebook. Er ist mit der Tatjana von Hannes zusammen, mit der lila-haarigen. Führt Kärntner Christian irgendwas im Schilde? Etwas süßes, putziges. Ja, darf ich vorstellen, hier haben wir Merlin, hier haben wir Carly. Aber Merlin und Carly sind nicht nur zum Besuch zum Streicheln da. Will ich da jetzt einen Alpaka kaufen? Danke. Ja, kaufen wir einfach schnell einen Alpaka, wir sind gerade im Urlaub, nehmen wir uns mit. Kofferraum ist eh groß genug. Auch sie sehnt sich nach einer gemeinsamen Zukunft auf Michis Hof. Und hofft auf einen Neustart. Nochmal bitte. Ich bin sehr gespannt, was die Bettina heute mit mir geplant hat. Wie extrem geil diese Berge im Hintergrund ausschauen, das ist ja ultra nice. Oder halt hier ein Peitschner mit, wie das kann sein oder keine Ahnung was noch. Michi, wo ist denn dein Peitschner? Weißt du was es ist? Ein Footballer. Genau. Viel Spaß. Und Betty? Eigentlich war er der Mann, der eigentlich seinen Platz in meinen Häusern hat. Er gibt ihr ständig Anmerkungen, dass er sie nicht will, aber sie ist immer noch total verschossen. Ich geb dir einen Ball jetzt. Ja. Und du sagst mir, wo ich nicht rennen soll. Er denkt sich wahrscheinlich so, lauf nach Hause, lauf weit weg und komm nie mehr wieder. Ready, get, set. Immer zu hoch. Immer zu hoch, die Bette ist zu langsam, ready, get set. Ja, sie fällt sehr gerne einfach um. Okay, jetzt ist mein Freund abgekaut. Hinten weg, seh. Und der Michi, der alte Gentleman, der hilft ihr natürlich nicht auf, sondern hebt nur den Ball hoch. Dann lassen wir es gut sein für eure Törer. Ja, gehen wir runter zu der Arabella, nicht? Krass. Aha, zur Arabella. Da will der Michi hin. Na dann, hopp, unter die Dusche und her mit euch. Arabella, die zwei zusammen unter der Dusche. Wow. Hat der Michi dir das Herz gebrochen? Ja, es hat gewehrtun. Na ja. Dann krieg ich mein Belohnung. Ach, wie unangenehm es dem Michi ist, seinen ersten Kuss anzuschauen. Und die starke Schulter. Ja. Tragt eine Frau ab und so. Er findet die Szenen selbst einfach auch so cringy. Dass die in der Sekunde auch zerplatzt sind, die gemeinsamen Träume mit Michi. Verdammt, weitun hat. Es hat wirklich weitun. Wie betrachtet der Michi den Schlussstrich der Beziehung im Nachhinein? Ja. Aber nur weil der Funke verhält von mir halt. Schau Michi, ich hab Funken für dich. Fragst mich nicht, wieso ich einen Feuerstein hab, okay? Das Herz zu Bettina sagt ja. Ja. Und der Kopf sagt nein. Bettina weiß aber, wieso der Michi eine Blockade im Kopf haben könnte. Dass ich dann als Schwester zu ähnlich schau. Das ist ein Grund und ein paar andere Gründe. Aber den Grund mit der Schwester, den erörtert er jetzt erst mal. Ich hatte es im Kopf, dass ich mit der Schwester schlafe. Ach so, ablädt ihn. Also entschuldige, Simon ist böse, bitte. Naja, der Michi, der stellt sich alles bildlich vor. Und wenn er dann in der Betti seine Schwester sieht, kritisch. War die Figur oder so auch ein bisschen ein Abturner für dich? Ja. Das hätte man auch schöner sagen können. Und dass du wie eine Wilde jetzt trainiert. Ja. Nach der Kritik vom Michi. Genau. Ja gut, und diesen Bauchziehgürtel angezogen zum Schummeln. Ja, ich sage, der Kopf. Das war jetzt der Kopf. Der du mit deinem Kopf. Boah, der Michi mit seinem Kopf. Ich schneide ihn einfach ab dann. Dann ist es gut. Es ist schwierig. Bei mir halt. Ach du meine Güte. Ja, genug der Kuppelversuche. Ich glaube, das wird nicht wirklich was. Und jetzt schauen wir noch zum nächsten Bauern. Den Bauer Roman. Es hat doch hoffentlich nichts zu bedeuten, dass sie nun allein angereist ist. Aber Veronas Konkurrentin, Schauspielerin, Julia, ist auch dabei. Hallo? Na, ich fand das so unig nett. Ich habe ihr Hallo gesagt. Sie spielt da mit dem Handy. Ja, aber da gibt es nämlich noch ein Problem. Denn es sind zwei Frauen da, aber kein Mann. Weder sie noch Verena werden ihren Bauern hier und heute zu Gesicht bekommen. Denn er war mit einem Virus infiziert, welches die Welt lahmlegt. Und sie haben sich da ein paar Wochen später getroffen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich komme nicht allein. Ich habe die Julia da. Hallo. Ja, und eine kleine Krisenbesprechung gibt es auch. Kann ich da auch was dazu sagen? Ja, bitte. Natürlich, Julia. Ja, endlich. Nach 15 Minuten wird es auch mal Zeit. Wie sie da mit dem Stroh war oben, hast du ja gefragt, magst du bei mir einen ziehen? Sie hat gesagt, ja. Aber jetzt will Veronika plötzlich nicht mehr von zu Hause wegziehen und zum Roman ziehen. Ein Urlaubsflirt, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wie es bei den anderen ausschaut? Nächstes Mal bei Bauer sucht Frau. Fetzerei direkt beim Begrüßen. Hallo Saskia. Hallo Nicoletta. Dein falsches Spiel habe ich überhaupt nicht verstanden. Und weitere Vorwürfe. Wenn wir eh schon über die Wahrheit reden, dann sag dir Wahrheit. Ja, genau. Du weißt gar nicht. Ja, du bist einer, was du mal anrufen. Das Wahrheit. Und vielleicht sogar doch ein Happy End, falls die Betty den Michi im Bett den Kopf verdreht? Weil du weißt, was ich für dich empfinde. Ja. Ich mache gerne jetzt die klare Antwort. Um die klare Antwort von Michi nicht zu verpassen, abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal. Um die Folge 20, ich hoffe die letzte Folge, nicht zu verpassen, schaut hier sehr gerne oben in die neueste Folge von AYTO rein, die war extrem krass. Hier unten die neueste Folge von Bachelor, die war auch saugeil. Lasst mir sie gerne in den Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und dann sehen wir uns in die nächste Aussprache. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao. Ich frage mich schon so aus dem Mittagessen, ich habe Hunger, hey.